Hi Leute, wenn ich unterwegs bin, entdecke ich immer wieder so gewisse Sachen. Hier hinter mir seht ihr ein weißer Schild. Das ist sehr kurios. Durch meine Unwissenheit finde ich es sogar sehr witzig. Weil ich kann mir vorstellen, wie ein Hund entlaufen ist und wie das geht. Aber bei einer Schildkröte, wie kann die entlaufen? Vielleicht so? So, Kleopatra, kannst du schön in Graßraum stopfen. Sieht nach Regen aus. Kleopatra? Kleopatra, wo bist du? Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Schildkröte vorbeigerechnet sehen? Ebenfalls, es ist was Kurioses und das wollte ich euch mal mitteilen. Also, bis dann, euer Werther. Hi Leute, wenn ich unterwegs bin, entdecke ich immer wieder mal so merkwürdige Geschichten. Jetzt also, hier hinter mir. Ne, hier hinter mir. Äh. home Leute... Toilternut остановlié. Und da, dieses Hebel-Rosses und das ganze Laufeöl- bottles.